hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft das mittelalter mein name ist kumpel und du bist im studio winter wir bauen jetzt weiter versprochen ist versprochen ich habe aber ein kleines problem ich habe in der zwischenzeit mal schnell zwei getrocknete feigen gegessen und jetzt hängt mir die ganze schnuss folter damit das war nicht im sinn des erfinders da hat auch das wasser und der schluck kaffee in der er noch nicht geholfen ging das ist in der tat schwierig es ist für mich eine sehr schwierige lage ja wie machen wir das jetzt am wissen dann verkleiden wir hier das türmchen mal auf die art hatte man kann man das machen ich probiere das mal war das tief ja musste man mal von unten gucken vor allem weil wir noch eine schicht brauchen wobei die brauchen wir nicht zwingend um sie da zu haben sondern das ist dann so die turmspitze und wir machen dem haus dann auch noch mal wieder ein flachdach glaube ich darüber müssen wir uns jetzt auch gedanken machen ach nee wir könnten auch das den giebel da ansetzen aber dann haben wir wieder ein haus mit dem giebel in die richtung ist das immer der gleiche giebel die richten sich ja alle schon in die richtung aus auch das haus vom aber mehr oder weniger das haus auch das haus auch das haus dahinter ach ich weiß es nicht gefühl wir haben ein drall nach da das trifft ja auch da hinten drauf zu das reiner zufall ja aber irgendwie doch also müssen wir doch warte mal ich habe da so eine idee wir könnten wo ist denn hier die mitte 23456789 10 11 f ist gut also 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 so jetzt gucken wir mal gerade weiter wir machen hier noch mal gleich einen drauf das ist bedingt nützlich jetzt für mich das gebe ich zu könnten aber der einfachkeit halber hier auch einfach mal die decke einziehen dann haben wir da ein bisschen zumindest hier eine möglichkeit herumzulaufen weil der gedanke ist der wenn wir ein sehr flaches dach bauen würden ich weiß nicht ob das geht ob das treffend ist ich wollte das aber mal gerne probieren das heißt wir würden hier ein dach auflegen erst mal dass ich lasse jetzt noch nicht überstehen das könnte später leichter nachholen und dann ich nehme das bett da weg hier zwei hier zwei hier zwei warte mal lassen das mal ansteigen meine kopf spüre ich es schon ein bisschen nein na gut so wir hatten ja auch ein paar stufen dabei das war am meisten stufen eigentlich das müssen wir gucken das wird vielleicht noch mal wieder so dann lassen wir hier da könnten wir jetzt noch mal das ist noch unnötig ach mist ich da lang gehen das habe ich gekriegt das habe ich genau gehört können da noch mal die stämmchen rein so das wäre dann 12 stämmchen 12 stämmchen dann kommt mir noch mal wieder so eine flache schicht eine lach schicht auf eine dach schicht auf die dann hier diese schicht so mal gucken ob wir da nicht ein schuh draus kriegen und wir sind aber leider noch gar nicht oben ist aber nicht so schlimm machen jetzt mal hier noch eine schicht der schicht arbeiters weiß man ja das ist noch ein loch da ich weiß ich weiß ich weiß sondern würde ich hier warte mal das könnte hier diese schicht machen ich weiß nicht wie das wird wie das von außen aussieht ich habe keine keine vorstellung war so das heißt dann geht es jetzt wieder runter mit einer flachschicht die sich auf diesem level bewegt und da können wir ansetzen mit dem törmchen das geht so ganz gut so was hatten wir denn da drüben getrieben ich habe den baumwechsel komme ich zurück ja komme ich so dann haben wir da jetzt die reihe das heißt hier müssten wir da geht mir jetzt so ein bisschen der vollblock aus so doch nie geht und dann hier lang was war das denn so da geht uns der vollblock nicht aus und dann geht uns hier kommt hier dieses gedöhnt sind und dann haben wir noch genug stufen dabei die haben wir ja schon festgestellt am allermeisten so jetzt muss ich noch mal das geht noch aus dem baum zurück dann kommt die flachschicht dann kommt ja genau die flachschichten davor kommt die stufen schicht das geht so welch eleganter flug da kommt eine flachschicht drauf aus auf die dachschicht so nein ich bücke mich nicht ich mache das gerade so so und dann muss hier noch eine flachschicht hin mir das gefühl da ragt einer nicht genug raus so wenn ich jetzt hier zurück aufs dach gehen würde könnte ich jetzt hier schon mal die vorstehenden flachschicht flach nacht schichter flach flach nacht flach schichter könnte ich jetzt schon mal vorstehen lassen ich da runter gehe habe ich ja popo karte drüben ist ja ein gerüst so dann kann da jetzt komme ich auch ganz komfortabel drüber was ein luxus also das kann dahin das kann dahin und dann gehen wir mal hier rüber dann kann das dahin kann ich hier überhaupt nicht drauf kann ich auf der stufe sneaken ich bin unsicher und hier drüben würde ich erst mal mit dem gerüst weitermachen weil wir rüber zu dem turm müssen da kommen wir jetzt vom gerüst aktuell gar nicht mehr da hoch mache ich jetzt hier an der stelle ich bin manchmal so glücklich damit mich das jetzt abhaue dann habe ich es wieder und dann fahre ich mal kurz nach unten und das ist noch eins hoch wachsen wachs dann komme ich nämlich auch noch auf mein dach das wird auch wahrscheinlich noch nötig sein und das ist alles nicht fertig bedenke dies dies bedenken so dann können wir hier ganz komfortabel weiter arbeiten hoch jetzt habe ich mich tatsächlich ein bisschen schokaliert ich weiß gar nicht ob da unten da muss nicht dann war es da ja einmal schokaliert ich bin ein krokant keine ahnung kann schokaliert werden so dann bräuchte ich hier mal einen erdklumpen es geht doch manchmal nichts über das erdgerüst und das loch ist genau da jetzt geht's ja wahrscheinlich sehr hochprofessionellen erdklumpen gerüstsicherungsmaßnahme das ist ja schön ne so willst du mich verarsen so jetzt aber komm kann ich hier auf den erdklumpen runter gehen außer denn ist der erdklumpen hier auch nicht hier vielleicht hier der erdklumpen auch nicht was ist denn los mit meinem erdklumpen hey erdklumpen da muss er doch runter gehen kommen dass man das auch nicht sieht wo ist er denn da ist er doch wo ist denn da los mit dir komm geh mal nach unten hier komm geh ah jetzt geht's dann ups wo ist denn mein gerüst was hier runter gefallen ist hin hallo ich stehe nichts so dann tun wir mal hier die gelegenheit nutzen und gehen gerade einmal nach oben was auch eher unglücklich ist aber gut mehr kriegen wir da wohl nicht hin und da kann man halt auch nichts bauen bringt so gesehen gar nichts ja doch man kann bauen doch 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 geht ich wünschte man könnte gerüste auch einfach so an die wand tackern weißt du irgendwann fällt es jetzt gleich wieder das tacker gerüst und dann geht einfach schon wieder das material aus das hatte ich auch noch nicht das haus ist so wenn das jetzt runter fällt dann was es natürlich tut ist noch ein bisschen kritischer so jetzt kommen wir aber hier wieder hin ach guck mal hier das ist ja schön dann können wir jetzt erstmal hier das machen und könnten eigentlich auch unten drunter und das ist die frage halt wie es aussieht was ist da drüben los ich muss mir das haus glaube ich mit gerüst einfach spaß mal angucken war das der abgang ja genau ach da geht es guck mal was eine gerüstkonstruktion muss ich doch mal gucken gehen wie das so aussieht schlafe ich mal im freistehenden bauernhaus ja es hat schon was sehr gerüstartiges so das ist noch ein nutzierhund oder ich glaube ja so aha jetzt mal gucken krass mal gucken wie das wird am ende ich habe jetzt noch kein möchte noch keine prognose wagen könnte könnte sogar funktionieren ich weiß es noch nicht genau ich bin ja mockspond was gibt es da drüben zu sehen nichts nein alles ruhig ja ach guck mal mein mitbewohner ist doch viel zu früh ich gehe wieder mein nicht mitbewohner ich lasse mich gerne mal vom abendlicht verleiten und dann stelle ich immer wieder fest das ist ja noch gar nicht so weit ja kann schon mal vorkommen da oben sind gelbe kuhpunkte in ihrem gatter die habe ich übrigens nochmal vermehrt das heißt da ist jetzt wieder massentierhaltung angesagt wobei sie sich natürlich frei bewegen können klar da oben in das bett brauche ich nicht mehr gehen da sind zwei villager eingezogen die finden das da ganz nice so guck mal da können wir hier noch ein bisschen weitermachen und da fehlt halt noch der balken drüben glaube ich gefühlsmäßig ich kann mich aber irren dass die gar nicht so nah anhand sind ist natürlich schlecht hat aber geklappt ach so ja dankeschön dann schlafen wir mal hier auf diesem schönen Dache nur nachts auch hübsch der Blick verdammter Mist wieder die ganze Nacht geschlafen anstatt zu arbeiten so so wird das ja nix hier jetzt ist die Frage es muss ja noch überstehen und uns geht hier ich lasse mal real wieder aus das ist ein Käse im Survival ein Survival-Käse eigentlich müsste da so ein Kupfer-Türmchen drauf ne also so aus ja ja nicht Kupfer sondern was ist das weiß nicht das mit der Patina so mal überlegen wenn ich noch eins höher gehe geht das eventuell irgendwas bringt uns das irgendwie weiter ach nein so müssen wir dann anschauen wie wir den weitermachen so das ist jetzt das Tömsche äh so so da komme ich ja ganz gut runter aufs Gerüst ich möchte nicht stürzen Dankeschön so was haben wir denn dann noch jetzt haben wir hier nur noch die Zähne ich will dir ja keine Zähne machen aber wir haben nur noch Zähne ach so guck mal das ginge gut und dann hier und dann tatsächlich ja warte mal so so und das bleibt dann einfach so dazwischen müsste eigentlich noch das Dunkle nochmal wieder rein so der Balken hier ist vom ach so ja genau so dann ähm aus Ermangelung von anderen Sachen brauche ich mal gerade den Klassiker der übrigens auch sehr gut bedienbar ist wie man sieht ähm so jetzt haben wir hier die Erde im Blicke nein so guck mal das geht doch da können wir hier erstmal die Kugels rein machen wir müssen oben da noch Licht rein machen glaube ich jetzt haben wir da ganz schnell bösen Besuch wenn wir das hier alleine lassen würden ähm da gehe ich gleich mal hin da müssen wir da hinten noch eine hinplampen komm ich da wieder hoch ne ne so jetzt so da noch eine hinplampen und dann haben wir noch acht Stück ach Gott das sind so out of material schon wieder so das auf alle Fälle steht ne so jetzt aber so ein Erdblock opfern ist ja auch nicht so das Ding na Glückwunsch so mal gucken was hier drüben noch ist ah ja da müssen jetzt noch zwei Stück dran aber wie sollte das gehen na vielleicht wenn man da unten irgendwo so knappig dran kommt dann vielleicht von da aus ist etwas besser so sollte es gehen vermute ich naja das fällt mir jetzt auf einer Tüche runter wie auch sonst naja ne das geht so nicht da müssen wir mal hier gerade die Erde wegklumpeln dann springen wir mal auf den Baum runter ups und dann haben wir jedes und dann holen uns das auch wieder lololo lololo so die offiziellen Wege auf der Wegfindung wie Geralt bei Witcher 3 Komm mal von hier unten da dran. Ja, na gut, mit Erde kommen wir schon da dran. So, manchmal muss man auf die alten Maßnahmen zurückgreifen. Gut, dass man sie noch kennt, weil man so alt ist und schon so lange Minecraft spielt. Geht auch eigentlich nicht wesentlich schlechter als das Gerüst. Muss ich an der Stelle einfach mal anmerken. Funktionierte auch immer, aber Gerüst ist natürlich cooler. So, jetzt habe ich oben noch die Wurst. Toll. Und die Frage ist, haben wir da die Vorderkante verkleidet gehabt? Ja, die hatten wir, ne? Da komm, hier, Wurst. Geh weg. Du kannst da rumgammeln, wo du rumgammelst. So, warte mal, wir haben ja auch noch Händler im Dorf. Vielleicht kriegen wir Bismarinen ja irgendwo gekauft. Das ist immer als Idee. Wir haben ja schon auch ein bisschen noch Grünzeug auf Lager, also Smaragde. So, und dann mal schauen. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück. Ich würde dann erst Smaragde holen, tatsächlich. Einfach aus dem Grund, wenn wir einen treffen, der das hätte. Ich weiß jetzt nicht, was der eine hatte. Ich weiß nicht, ob Maurer sowas haben. Ich weiß nicht, ob einer Prismarine verkauft. Ich nehme jetzt einfach mal hier alle Smaragde mit und dann gehen wir mal gucken. Du verkaufst es nicht. Du bist H&M. Du bist Gruppschmied. Nee, Gruppschmied. Du schon eher. Du bist Panzermacherneuling. Ja, die müssen alle noch gefüttert werden. Wo ist hier mal mittlerweile einer drin? Ein Bibliotheker. Der kauft auch Papier. Ich mag dich. Oh, schön. Wir haben einen. Wunderbar. Hier gab es, glaube ich, irgendwo einen Meister. Nee, der ist kein Meister. Nee, auch nicht. Der Meister ist uns jetzt wahrscheinlich flögt gegangen oder er arbeitet im Homeoffice. Nee, kein Meister. Hier sind sonst keine. Doch, du bist auch so ein Heinz. Auch nicht. Du auch nicht. Was wurde denn aus dem Meister aller Klassen? Hm? Ja, also die haben ja auch ein Haus. Geistlichen. Ansonsten sind alle fleißig am Machen und Tun. Was macht er denn? Ach, das ist auch ein Gerber. Wird dann auch wieder. Wiedersehen. Sagte ich, wollte ich gerade sagen. Mau, ja genau, das ist auch mein Gedanke bei dem Betrug hier. Ich bin auch nicht sicher, ob ich da überhaupt richtig bin. Ich muss mich mal im Bad jucken. Ich habe das alles nie im Blick. Muss ich ehrlicher und fairerweise sagen. Ist es mir zu sehr... Was machen die? Pinkeln die? Das ist auch ein Gerber. Wunderbar. Hier schafft keiner drin. Ach so, die Kiste hier ist wahrscheinlich unerreichbar, ne? Naja, gut. Die nehme ich mal mit und sag sie ein. Und ich glaube, auch hier können wir nochmal ein neues Jobangebot machen. So geht's. Dann können wir hier ein bisschen umstellen und es gibt ja genug Jobs noch frei, dass die sich was Neues suchen können. Da bin ich ja... Dann ist das hier ein reines Schlaf und kein Arbeitshaus mehr. So. Und das Bett da ist echt unschön. Das tun wir woanders hin. Das gibt ins Haus vom Würfel. Das ist besser. Da können wir unten hinstellen schon durchaus. Ne. Mach mal nach oben. Auch wenn die damit total überfordert sein werden. Guck mal hier. Könnte man jetzt auch Jobs dazu packen. Zaun habe ich nicht zufällig gerade dabei. Nö. Hier vielleicht mal so einen Zaun gezogen oder so. War gut. Eine Sache noch. Gut, jetzt haben wir den nicht gefunden, den wir suchten. Der ist auch nicht der Richtige. Der vielleicht. Nein, der Meister wohnt hier nicht. Hier oben. Hier hatten wir auch noch einen Wohnen. Das weiß ich. Ob der noch da wohnt, weiß ich nicht. Aber er wohnte da lange Zeit. Ach, das könnte ein gerber Lehrling. Na gut. Das ist natürlich auch traurig. Da ist der Maurer. Warte mal. Ich könnte den auch mal aufessen. Der steht da jetzt schon lang genug da. Der Kuchen, den ich da gebacken habe. Und keiner bedient sich. Tja, wo könnte einer sein? Ich weiß, wir hatten so einen Maurermeister. Aber was ist aus dem geworden? Das weiß ich halt nicht, ne. Ist wieder ein gerber Neuling. Es spricht schon was für feste Plätze von Villagern. Da möchte ich nicht mit dir darüber streiten. Aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend. Das Obergeschoss hier ist echt cool. Hast du so gut gemacht, Wave. Hast du so gut gemacht. Das ganze Hause so gut. So. Hm. Das ist der Spannerstein. Naja gut, viel zu sehen gibt es nicht. Tja, wo ist der Meister hin? Den gab es halt, ne. Das weiß ich. Er kann sich natürlich überall rumtreiben. Hier steht auch noch einer. Der ist auch ganz cool. Warte mal, der Waffenschmiedlehrling. Dem sollte ich vielleicht nochmal, aber da müsste ich so viel Geld ausgeben, um ihm jetzt eine Glocke abzuzappen. Sehe ich jetzt nicht, aber den möchte ich auch noch entwickeln. Sind hier Leute eingezogen? Da ist keiner drin. Ich höre was schon. Ich höre sogar Türen. Hm. Man ist immer wieder erstaunt, wo die... Das ist ein Jobloser. Na warte, für dich habe ich Arbeit dabei. Das ist vielleicht jetzt nicht die Arbeit, die ich am liebsten hätte, die du machst, aber... Bevor du dir joblos rumhängst, hier bitte, geh arbeiten. Hm? Hm? Faul Bär. Hast du da ein Jobangebot und willst trotzdem nicht? Ne? Magst du lieber hier? Oh je, Wave. Das tut mir leid für dich. Du hast Mietnomaden. Na guck mal, der ist so ein bisschen entwickelt. Hat der jetzt einen Job? Du bist ein fauler kleiner Sack. Naja. So, gehen wir mal nach hier oben. Da ist nichts. Noch ein Pfeilmacher. Also ich glaube, wir haben aber genug Pfeilmacher drin. Wenn du eh keinen Job willst... Äh gut, der wird auch gemobbt. Ach, das geht ja nicht. Dann nehmen wir es wieder mit. Könnte ich ja einen Kartentisch hier hochstellen. Ne, stimmt nicht. Was brauchen wir? Ein Lesepult. Was brauchen wir denn für ein Lesepult? Lese. Was brauche ich denn? Ach, ein Bücherregal. Na ja gut, das habe ich jetzt nicht auf der Hand. Habe ich jetzt nicht immer ein Bücherregal mit dabei? Aus Gründen. Kann man sich schwer vorstellen, ist aber so. So, brauchen wir nicht auch für... Da haben wir noch Bücher. Sollte das gehen mit dem Bücherregal. Brauchen wir ja nur eins, ne? Ähm, genau. Ach. Guck mal einer, guck. Dann werde ich mal hier ein bisschen ähm... Brauche ich ja sowieso von dem Zeug. So, wie ich dem jetzt ausrechne. So. Jetzt aber. Ein Bücherregal. Der in der Bücher kommt aus Sicherheitsgründen wieder weg. So, dann ein Lesepult bitte. Dann stellen wir den... Dann haben wir da vielleicht da noch ein Bibliothekar irgendwann mal wohnen. Das wäre ja auch nicht so falsch. Weißt du? Kann ich mir ganz gut vorstellen eigentlich. Oh, da. So, wo ist er denn? Ist das da immer noch Arbeitslose? Guck mal hier. Wo stellen wir das an? Natürlich hier ans Fenster, oder? So. Magst du Bibliothekar werden, hm? Und wenn wir denn hier eine Glocke ins Haus hängen, dann treffen die sich da auch im Haus. Aber da kannst du natürlich nichts anbauen. Aber die haben sich hier nun mal eingenistet. Sind ja auch safe drin. Da spricht ja nichts dagegen. Von der Sache her. So, wenn ich dem jetzt hier noch eine Glocke abkaufe. Ich hatte es da eigentlich nicht vorher, aber dann tue ich es. So, jetzt bin ich hier ein bisschen ärmer als vorher. So. Und der ist aber ein bisschen entwickelt auch wieder. Dann tue ich jetzt mal, also ich glaube mit unserem Prismarinen kaufen. Das kann man ziemlich in die Tonne treten. Da bräuchten wir doch so einen Tempel. So einen Unterwassertempel. Und, ähm, den scheue ich aktuell noch etwas. Weil ich ja so der Fernkämpfer bin. Da müsste ich eigentlich eine Auftragsarbeit vergeben. Äh, um das machen zu können. Wir haben hier oben den schönen großen Vorraum. Und dann hängt hier auch, ähm... Warte mal, da kann das Lesepult auch viel besser hin. Jetzt wo ich es sehe, leuchtet es mir ein. So, dann kommt das Lesepult dahin nämlich. Und daneben, da kannst du lesen. Guck, geht ganz gut auch in der Abendstund. Da... Ups, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Das war, das war ein Fehler meinerseits. Ist das richtig? Ach, läuft doch nicht da durch, Mensch. So, die wollte ich eigentlich an die Decke irgendwo hängen. Da oben hängt eine Glocke. Da kann man klingeln bei Wave. Ne? So. Einfach, weil es hübsch ist. Und das Lesepult da sieht auch ganz nice aus, soweit. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Hier ist noch ein bisschen dunkler, wa? So ist es ein bisschen heller. Liegt natürlich auch am dunklen Holz. So, gehen wir mal wieder. Also wir dürfen jetzt auch mittlerweile... Es dürfen nicht mehr Betten werden. Das ist jetzt so klar langsam. Das zeichnet sich immer mehr ab. Wir haben es übertrieben. Ich habe etwas groß gedacht, was das angeht. Fürchtig. Na gut, wir werden das in der nächsten Folge weiter uns ansehen, wie zu groß wir gedacht haben. Und mal schauen, wie wir dann das Türmchen am Ende ausführen werden. Ich sage an der Stelle erstmal, danke fürs dabei gewesen sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin. Alles Gute für dich. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020